Was geht Leute? Lackschu! Und willkommen zu einem neuen Team of the Year Video. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, in genau einer Woche geht es los mit dem Team of the Year. Und ich habe dann gestern auf Twitter Leaks gesehen, die mich komplett zum Nachdenken gebracht haben. Die wenigsten von euch werden vermutlich wissen, dass ich schon seit FIFA 14 Ultimate Team spiele. Und ich habe in diesen 10 Jahren Ultimate Team bisher nur einen einzigen Totti gezogen. Habt ihr gesehen, wie krass ich mich gefreut habe, weil es einfach mein erster Totti war? Und dieses Glücksgefühl, auch wenn es nur kurz war, war, das will ich und ihr vermutlich auch dieses Jahr nochmal erleben. Wir wollen diese blauen Karten in den Packs haben und so laut rumschreien, dass sie Nachbarn uns jagen. Die Frage ist halt aber nur, wie schaffen wir das? Und genau zu dieser Frage habe ich mir die ganze Nacht den Kopf zerbrochen und heute habe ich eine Antwort gefunden. Es ist eigentlich relativ simpel. Die Team of the Years, die wollen wir ja ziehen. Das bedeutet, wir müssen Packs öffnen. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir öffnen richtig, richtig viele Packs. 5, 6, 7, 800. Und weil es halt so unglaublich viele Packs sind, wird da schon irgendwie ein Team of the Year dabei sein. Bei diesen 7, 800 Packs sind aber auch viele Schmutzpacks dabei. Das ist Option 1. Dafür hörte man aber vermutlich schon vor drei Monaten noch während FIFA 22 anfangen müssen, Packs zu sparen. So wie ich euch kenne, habt ihr vermutlich alle 0, 10, 20 Packs. Vielleicht hat der ein oder andere Schwitzer schon 100, 200 Packs, aber mehr auch nicht. Deswegen müssen wir gemeinsam auf Option Nummer 2 gehen. Und Option Nummer 2 ist es, wenig Packs aufzusparen, aber dafür die heftigsten Packs. Und wenn ich von heftigen Packs rede, rede ich nicht von irgendwelchen 100k Packs oder 125k Packs. Denn da zieht man eh jedes Mal nur ein 84er raus. Ich kenne euch Kanada, tut gar nicht so. Wenn ich von heftigen Packs rede, dann meine ich die spezifischen Team of the Year Packs. Wo wir zum Beispiel drei Stürmer drin haben mit 81+, mit 83+, oder mit 85+. Wenn ihr nämlich ein 100k Pack öffnet, da können halt tausende Goldspieler drin sein. Wenn ihr zum Beispiel aber ein 3x85 Plus Angreifer Pack zum Team of the Year öffnet, da können nur 45 Goldkarten oder halt drei Team of the Years drin sein. Und letztes Jahr wurde das respektloseste Team of the Year Pack aller Zeiten gezogen. Da hat jemand wirklich aus diesen drei Angreifer Pack zwei Team of the Years gezogen. Sei dir vom Herzen gegönnt, Habibi. Und das Geile ist halt, dass diese Packs jetzt schon geleakt wurden. Wir bekommen wieder, wie eigentlich jedes Jahr auch, ein 3x81 Plus Pack, entweder für die Verteidiger, Mittelfeldspieler oder Angreifer. Dann bekommen wir ein 5x83 Plus Pack wieder für Verteidiger, Mittelfeldspieler und Stürmer. Und das Geilste kommt zum Schluss ein 3x85 Plus Pack, wo ich eben meinte, da gibt es nur 48 Goldkarten. Wieder für die Verteidiger, Mittelfeldspieler und Stürmer. Und Jungs, ihr seht, diese Packs, die sind immer wieder holbar. Wir können diese OP Packs also öfters mitnehmen. Dann ist es doch schlau, diese Packs einfach so oft wie möglich mitzunehmen. Genau das ist es. Das Problem ist aber, man braucht sehr viel SBC-Futter dafür, weil es sehr viele SBCs sind. Wir sind aber alle gleich. Wir sind süchtig nach Icon Packs. Und EA wird jetzt noch mehr Icon Packs rausbringen, um uns dieses SBC-Futter aus der Tasche zu ziehen, damit wir aufladen, um wieder SBC-Futter zu bekommen. Wäre es nicht also ein fucking Five-Head-Move? Einfach seit SBC-Futter aufzusparen und jetzt die nächsten ein, zwei Wochen einfach mal keine Icon Packs zu machen. Plus sich SBC-Futter jetzt schon in Masse zu kaufen, weil sobald diese SBCs rauskommen, Jungs, diese Spieler, die werden um das Doppelte, Dreifache steigen. Wenn ihr das SBC-Futter also jetzt kauft, werdet ihr doppelt so viele, dreifach so viele SBCs abschließen können wie alle anderen. Wenn ihr das bisher verstanden habt, dann sind wir so, dann seid ihr schlau. Und wenn ihr schlau seid, dann seid ihr hier auf dem Kanal richtig, dann lasst direkt ein Abo da. Jetzt bleibt halt eigentlich nur noch eine Frage offen und zwar, welches SBC-Futter müssen wir kaufen, um all diese SBCs günstig abschließen zu können? Und jetzt kommt halt schon wieder ein fucking Five-Head-Move. Denn ich weiß, dass diese SBCs im letzten Jahr halt auch rauskamen. Das bedeutet, wir gucken einfach im letzten Jahr, was gebraucht wurde. Das Ganze geht auf Fuffin, wenn man sich die FIFA 23 SBCs anschaut. Und hier sehen wir einfach alle SBCs. Daily Login, Upgrade, das sollten wir by the way auch wieder bekommen. Ein 10x83 Plus Pack. Hier sind die 83x3 Packs. Da seht ihr auch 3x wiederholbar. Dann seht ihr hier 85x3 Mitfielder, Defender und Attacker. So ein geiles Produkt. Und die Anforderungen bei diesen SBCs sind fast alle gleich. Guck mal, 10x83 Plus, mindestens 3 85er, ein Team of the Week und ein 84er Squad. Dann gucken wir uns die nächste SBC an. 3x83 Plus Angreifer Pack. Wir brauchen ein 85er und ein 83er Team. Dann guckt ihr euch den 83x3 Verteidiger Pack an. Wir brauchen ein 84er und ein 83er Team. Dann natürlich das beste Pack, das 3x85 Plus Angreifer Pack. Da brauchen wir zwei 87er und ein 85er Team mit zwei Informs. Ihr habt also gemerkt, so von 83 bis 87 wird alles gebraucht. Und vor allem so Karten wie 83, 84 und 85. Die werden besonders häufig gebraucht. Und jetzt schaut euch mal an, was mit diesen SBC-Futterkarten im letzten Jahr passiert ist. Ein Jamie Vardy, ein 85er. Der war bei 7k. 6. Januar. 6. Januar. Das war so zwei Wochen vor dem Team of the Week. Guckt euch mal an, was mit dem passiert ist wegen diesen krassen SBCs. Der ist auf 14k fast gegangen. Einfach fast das Doppelte. Falls ihr euch denkt, war irgendwie eine Ausnahme. 83er Luis Alberto. Gänsehaut. Guckt euch das an. War bei 1000 Münzen. Ist wegen diesen SBCs auf über 2000 gegangen. Versteht ihr jetzt, wieso ich sage, kauft lieber jetzt die Karten ein? Weil dann könnt ihr halt doppelt so viele Packs machen. Und wir haben halt das Glück, dass SBC-Futter aktuell noch unglaublich günstig ist. Guck mal. 82er Abstoßpreis. 83er Abstoßpreis. 84er. Fangt schon langsam an zu steigen. Also lasst euch da nicht zu viel Zeit. 85er genauso. Aber ihr habt ja eben gesehen, so ein Vardy ist letztes Jahr auch auf 14k gegangen. Das kann mit den 85ern dieses Jahr auch passieren. 86er. 8k. Ich glaube, so günstig war es gefühlt noch nie. 87er. Kann man sich auch noch mitnehmen. Informs behindert teuer aktuell. Werden aber vermutlich auch gebraucht. Macht lieber den Team of the Week Pick. Ihr seht, der kostet nur 20k. Auf dem Markt kosten die Informs gerade 40k. Macht also lieber so oft wie möglich diese SBC. Okay, okay, okay. Das haben wir jetzt alle verstanden. Aber ein Problem gibt es immer noch. Und zwar kosten diese SBCs. Und stellt euch vor, ihr wollt das dreimal mitnehmen. Das Verteidiger-Pack dreimal. Das Stürmer-Pack dreimal. Dann seid ihr sehr schnell bei 700k. Selbst wenn ihr schon früher einkauft, seid ihr bestimmt trotzdem bei 300k. Und das sind nur die 85x3-Packs. Die meisten werden vermutlich gerade gar nicht mal so viele Coins haben, um so viele SBCs machen zu können. Und ich wäre doch nicht der Sportschuh, wenn ich nicht auch dafür ein Assi-Mermel hätte. Spielt zum einen einfach mal die Weekend League. Ihr bekommt da so viel SBC-Futter raus. Schaut mal, 3 84-Plus-Packs, 2 85-Plus-Spieler, ein 50k-Pack, ein 125k-Pack, eine Wundertüte aufsüß und 30.000 Münzen. Dann wurden noch Daily Lock in SBCs geleakt. Einfach jeden Tag einmal abschließen und ihr bekommt richtig geile Packs. Zockt jeden Tag einfach drei Games, nehmt euch hier nochmal die Player-Packs und das Pack mit. Es gibt aktuell noch so viele geile Packs, die man sich erspielen kann, mit denen man sich easy alle SBCs dann machen kann. Und wenn ihr euch denkt, oh Bruder, gar keinen Bock alleine zu zocken. Gar kein Problem, kommt einfach ab 18 Uhr immer in den Stream vorbei. Ich erspiele mir in den Streams genauso die Packs. 116 Stück habe ich schon. Gemeinsam macht es halt viel mehr Spaß als alleine. Und wenn ihr das alles macht und dann alle diese geilen Packs zum Team of the Year mitnehmt, dann bin ich, so wahr ich hier sitze, der größte Cap, wenn ihr keinen Team of the Year zieht. Vor allem, wo wir zwei Team of the Year gleichzeitig in den Packs haben. Wenn ihr das nächste Mal solche krassen Tipps-Videos nicht verpassen wollt, lasst auf keinen Fall ein Abo da.